Hallo ihr Lieben, hier gebe ich mal einen kleinen Hinweis, wie man das Urvertrauen wiederherstellt. Vielleicht hast du dich schon mit vielen psychologischen und spirituellen Inhalten befasst und hast das Wort Urvertrauen gehört. Und vielleicht hat dir jemand gesagt, dein Urvertrauen ist komplett zerstört oder es ist angegriffen zumindest oder nicht im Lot. Und das verunsichert uns natürlich sehr. Wie kann ich also mein Urvertrauen wiederherstellen? Das ist ganz einfach. Das Sein hat sich auch als dich dort, als diese Figur mit diesem Namen dort manifestiert. Und weil du dir dieses Video anschaust, scheinst du noch am Leben zu sein. Also hat sich das Sein hierher gebracht. Hoffentlich mehr oder weniger unbeschadet. Du bist also da und konntest auch auf deiner ganzen Reise bis hierhin nicht wissen, was am nächsten Tag geschieht. Das wusstest du nicht, als du klein warst und als du ein jugendlicher Mensch warst und erwachsen warst. Du konntest nie genau sagen, was passiert morgen. Also es war immer eine gewisse Unsicherheit vorhanden. Und dennoch bist du jetzt hier. Wie viel mehr Vertrauen in das Leben, das du selbst bist, brauchst du noch? Wir wissen natürlich nicht, was morgen geschieht und das ist auch gar nicht nötig. Wir brauchen nur die Einsicht, dass wir jetzt hier sind und dass wir in das Leben vertrauen können, weil es sich bis jetzt als uns manifestiert hat. Vertrauensvoller geht es wohl nicht. Und so kannst du lernen, das Vertrauen in das Ur mit U-R, in das Sein, wiederherzustellen. Alles andere, was dir eingeredet wurde, dass dein Urvertrauen zerstört sei, weil deine Eltern irgendetwas Schlimmes vielleicht angerichtet haben oder etwas unterlassen haben, um dich zu schützen, ist im Grunde Quatsch. Natürlich gibt es traumatische Erlebnisse. Sie leben noch wie kleine Energiefelder in uns weiter und wollen gesehen werden. Aber sie können sich durch das Hören der Wahrheit anfangen aufzulösen. Du bist jetzt hier. Du hörst einen spirituellen Inhalt. Du hörst etwas Wahres. Und das Sein hat das Vertrauen in dich als Figur, sich dort selbst wiederzufinden. Und vielleicht musste dieses oder jenes dafür geschehen dort, in dem Körper dort, in dir, liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer, damit das überhaupt geschehen kann. Wir wissen nicht, was genau warum geschieht, aber vollkommen klar ist, dass dieser Weg, den du bisher beschritten hattest und die Erfahrungen, die du gemacht hast, genauso notwendig waren, damit du jetzt mit der Spiritualität, die dir hilft, in Kontakt treten kannst, mit deiner eigenen Spiritualität. Ich bin nur dazu da, in dieser Funktion, dich daran zu erinnern, was du bist. Habe Vertrauen in das, was du bist. Denke nicht mehr so viel darüber nach, was dir passiert ist, oder ob du ein kaputtes Urvertrauen hast oder nicht, sondern sieh einfach die Wahrheit. Lass das Denken weg und fühle dein Sein, deine Anwesenheit im Jetzt, deine Gegenwärtigkeit, dein Dasein, das, was du jetzt bist, in deiner Ausstrahlung. Das soll Vertrauen genug sein.